Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, und wie im Himmel erzauber verheben, unser Tätig wird geben uns heute, mit Vergebung sind so schuld, wie auch wir vergeben uns und stehigen, und führe uns nicht in Versorgung, sondern in Hilfe uns bewegen, und allein ist das Reich, und der Frieden, und der Ehrmigkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr ist mit dir, 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 Amen. Amen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020